ja da sind wir wieder auf jeden fall zurück bei folge 4 zu portal knights mit dem korax und mir ja heute mal ein wenig einrichten genau weil das männer ja machen so fällen sie nicht die treppen runter aber ich erinnere mich du wolltest dass ich dir die trufe du bist mir darunter gefallen nein fast ich habe ja die truhe ich stelle die unter die treppe ja das ist gut warum haben wir eigentlich ein loch in unserem turm unten weil wir ein bei da ein keller hin soll dafür dass es nur ein keller und ich finde wir haben besuch direkt vor der tür ich mach mal die tür zu echt verfluchtet ich muss noch mal raus der steht direkt neben der tür da kann ich ja mein feuerzeug macht hier 62 schaden macht ja ich mache 4 64 mit einem schlag auch jetzt ja man mein feuerball macht 62 auch hier hier kann er die pflanze ich möchte nur ihn kurz in den dicks abbauen und dass ich den weg vergessen ein bisschen bäume fällen mit der axt 97 93 jawoll können ist ja gar nichts sehr schick jetzt wird halt bei mir auch mana ausschlaggebend das sind die blaue sachen fallen die lassen nichts von meint man findet irgendwann so legendäre gegenstände oder so ich würde es mir wünschen so sowas ähnliches wie diablo muss hat gegenstände ja das fände ich schon ganz cool wobei sie das ja schon echt schön gemacht haben mit den mit den rüstungen und so das sind ja wirklich schon set rüstungen ich habe den ofen hingestellt und ich hätte ich bin ins loch gefallen warum hast du das so tief gemacht hast du mich jetzt gerade zuge ich wollte ich habe gerade gedacht du hast mich zugebaut würde ich nie tun du möchtest du jetzt noch nicht echt im keller bauen du möchtest nur dass ich noch tiefer falle richtig auf keinen fall vor allem weil das genau die mitte ist der treppen ich stelle mal den deko craft table auf die erste etage mit denen ach das ist gut ich da doch mal spiel könnte ruhig mal wieder ein bisschen erfahrung abwerfen wenn man hier am buddeln ist wie so ein hornochse irgendwie ich weiß nicht ob du hast schon recht mit keller ist wo irgendwie ist das doof ja weil wir auch nicht so viel platz haben hier neben ich werde jetzt auch in die tun und diese ganzen samen die irgendwie ist das training also immer sportlich macht den boden mal wieder zu so du hast die tür aufgelassen wir kommen die doch alle rein ich finde wir setzen mal ein bisschen mehr fackeln hier im inneren damit das mal alles besser ausgerechnet ich mach derweil die truhe voll solange du die nur die truhe voll machst die truhe ist voll haben wir nicht auch eine werkbank die hast du oder ich glaube ich habe die dabei ja jetzt platziere die doch gleich mal oben aber ich habe auch noch fackeln ja du bist auch so ein mensch der gerne fackeln an dem an den vier ecken hat man symmetrie ist alles ja das habe ich ja bei minecraft auch da habe ich auch ich bin ein mensch der mag türme ich mag irgendwie mittelalterliche waldtürme und natürlich ist um alles ausgeleuchtet mit fackeln immer so truhen ich habe zwei foot ich habe ein football warum ohne scheiß jetzt ich habe ein football ich hinterfragen es nicht ich habe ihn in der hand ich habe das gerade aber auch gedacht wie das geruckelt hat also ich mache nichts ahne die truhe auf und dann so was jetzt soll ich es läuft unter sonstiges was ist das gesehen ich bin noch jetzt ganz weg geflogen auch mensch weil ich habe noch ein ich mache das wieder wie eben das ist jetzt ja alles cool so jetzt steht er da und dann er springt auch noch passiert wenn ich jetzt so so ich kann ja noch ein paar portal steine bauen fünf stück drei habe ich auch auf tasche schleifsteine auch immer wo ich kann der kupfer für wen ist denn die kupfersense ach du kriegst noch was von mir du du könntest für zwei kupferwaren und vier holz eine kupfersense bekommen die gift schaden vorgesehen ich dir da jetzt das hingelegt oh ich habe schon eingesackt danke ich habe die schon gekriegt sehr schön ja da steht es sogar bei baut stein erzkohle metall blöcke effektiv ab kann die alte weg weil ehe wir dann wirklich in die nächste welt gehen sollten wir uns ein bisschen aufrüsten noch ein paar schleifsteine schleifsteine die ich glaube ich in der truhe unten habe doch ich gehe mal die werkbank schon geupdatet ja bin wieder runter ja die schon auf stufe zwei ohne der neuen spitzhacke geht das sehr formidabel was machst du ich habe gerade ein bisschen stein abgebaut ich habe kohle vor unserem haus ja vor unserem leihmietshaus ich sollte den feuerwald vielleicht nicht auf eins legen ist unsere hütte jetzt angezündet so ungefähr ein wenig hell erleuchtet ich wollte an die werkbank brauchst du auch noch schleifsteine äh ne ich habe mir ordentlich schon was hergestellt sehr gut also das können wir uns merken hier gibt es sehr 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 viel kohle in der welt also ich renne hier gerade rum ist ja nur kohle nur von vortrag für uns ja guck mal das haben wir noch gar nicht gemacht muss ich jetzt mal doch uns fehlt immer noch so eine ranke kriegen wir gleich noch tu jetzt aber mal ein wenig was für das ambiente oha ja und du reißt hier natürlich erstmal was nein das reich nicht hier ambiente zwei doofe ein gedanke so wollen wir doppelt das ambiente ich habe auch so eine guck mal da hinten ist noch eine ranke ohja das ist ein durchgehender kampf jetzt hier aber mittlerweile ja gar kein problem mehr für uns au sollte ich vielleicht nicht so vorladen sein ach du heilige das sind vier schildkröten und zwei ranken warte ich hole uns mal die eine her siehst du und da haben wir es auch müssen wir zurück zu nick ja dann suchen wir den jetzt mal wo war nick ach da ist die schildkröte im baum was ja ich wollte den baum da gerade abbauen und konnte ich nicht weil da die schildkröte drin stand so wo ist nick weiß ich nicht du hattest du mir hier ich hab nick wo er gibt mir applaus au 604 ep ich bringe besuch mit versuch hast du ja auch 604 ep gekriegt nö aber dann kannst du die quest auch noch abgeben denke ich nö nö kann ich nicht aber ich denke er hat es aufgeteilt ne also bei mir wurde nichts angezeugt egal halb so wild so jetzt muss ich mal eben das loch suchen ich glaube das war da hinten wo du so ungeniert den minenkarren weg gehauen hast äh ich mhm ich hab das genau gesehen ich finde wir bauen dieses dieses portal auf hier meinst du das untere führt uns bestimmt irgendwo hin wo es echt nicht schön ist ich nehme mir auch gar nicht ich hab nur mal kurz portalsteine gebaut oh ja würde ich mal sagen einfach durch da einfach rein herzquellen es klingt schon mal nett oh jetzt sehen die zuschauer ja auch wunderschönen ladescreen guckt bloß nicht in die mitte und bewegt bloß nicht die maus im kreis das habe ich ja noch gar nicht ach du heilige warum musstest du mir das jetzt sagen ich glaube ich äh Gott sei dank lädt er schnell oh das kriegt richtig in den augen weh ne ihr müsst jetzt nicht zugucken alle ihr könnt einfach kurz weggucken schade jetzt sollt ihr wieder hingucken genau jetzt dürft er wieder oh das ist ja hübsch hier es ist aber nicht das was ich gehofft hab was es ist wo wolltest du denn hin ja ich hab gedacht wir kommen jetzt in irgendeine tiefe Höhle wegen Smaragden du wolltest ein Dungeon haben wa ja irgendwas mit Smaragden oh hier sind fette mega Kürbisse und Skelette ich glaube ich natürlich ähm auch gleich überhaupt nicht eingeladen da haben wir ihn was ist denn da drin oh Mana fällt natürlich in die Mitte runter ja dir sind große Treppen hier kannst du nicht fallen doch du kannst da in der Mitte durchfallen mir ist das auch gerade fast passiert oh ein Donnergucker Donnerwetter was war er denn für ein hässlicher hier ist Mana dran ja toll dass Tür zugemacht wurde was soll ich denn sagen ich war da hinter wo ist das Deko Deko so soll es sein was habe ich denn für Tränke aufgenommen hier ist ein Buch versenkte Enzyklopädie der Umschlag ist fast komplett verbrannt aber die Tierbilder im Inneren sind noch intakt und jetzt zweiter hier liegen überall Knochen rum so jetzt bist du mir den Feuerball gelogen ich leuchte uns oh hier geht es weiter oh da ist auch noch ein Feuergucker Donnergucker oh noch einer hinter dir jo ich kann ich habe wieder keinen Mana hey Stufenaufstieg ich habe Deko ich auch ich habe so eine Rüstung Stufenaufstieg und ich habe einen Kerker oh hier mein Rucksack ist voll ich kann leider leider diese Schuppen nicht aufnehmen oh die brauche ich für meinen neuen Stab sehr cool oh warte das da oben muss ich auch mit meinem blauen Blöcke geben mir nämlich Mana also Mana Ertränke jetzt irgendwo weiter war es das schon ich äh trau dem Spiel nicht so irgendwie ist das ist das jetzt vorbei ich leuchte dir dafür mal den Weg ich sehe das schon alles gut da ist auch nichts warte 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 da ja nö hier ist jetzt auch nichts wirkliches mehr was ich weiß nicht was das mit dieser einzigen Lobelie auf sich hat mitnehmen ist Deko zweifel ich glaube ich habe die gerade kaputt gemacht also so bibliothekal ist dann glaube ich nichts für dich richtig nee nicht so aber Bücher sind toll also wenn man die Zeit hat auf jeden Fall dann kann ich nur zustimmen ach hier ist sogar eine Tür ich habe einfach ein Loch in die Wand gemacht hier ist so ein Kupfer nee hier ist so ein Stein mein Rucksack ist voll brandvoll jetzt muss ich mal gucken irgendwas muss ich jetzt mal oh ein Leuchte-Ding sie Kürbis und leuchtende Lichter das ist ganz schön grill im Gegensatz zur Höhle ein Jägersmann hallo Fülle ist die Jägerin ich bin auf der Jagd plaudern wir doch mal ich kann in deinen Augen sehen dass du nichts lieber tun würdest als eine Jungfrau nöten zu helfen ich habe leider meinen Holzbogen verloren und brauche dringend einen neuen hast du deine Werkbank mit? ob sie wirklich noch Jungfrau ist? wir brauchen aber einen Holzbogen dann mache ich einfach eine ach so eine Werkbank ach so stimmt haben wir jetzt alles beim Turm gelassen ja oh hier unten ist noch jemand zack bin gerettet vielen Dank hier ist ein Zeichen meiner Dankbarkeit was kriege ich 1088 EP Crash abschließen oh ja ich auch sehr schön und hier unten ist Karl der Sammler ich bin leidenschaftlicher Sammler von seltenen Gegenständen ich habe gehört dass einige der Monster hier Knochen haben die würden sehr gut in meine Sammlung passen wie viel will er sieben ach ne einen möchte er kannst du gleich abgeben 725 EP jawoll ich habe sogar 726 was habe ich gesagt? 25 ich meinte 26 ok ach so heilige ertrinken kann man hier auch rote Bäume die mag ich die nehme ich mit Bienenbaum setzen ich würde sogar so weit gehen dass wir mal wieder zu unserem da ist noch ein Turm wo? einmal über den Berg und ein oh Gott ein großes Skelett mit einer großen Axt ich habe auch eine ja seine ist größer ja du siehst ihn richtig aber wir lassen uns ja nicht lumpen ach er muss nur was kompensieren mit seiner großen Axt du kommst da auf um Länge nicht an ich sehe das ja von der Seite du du das immer noch nicht noch ein bisschen ab ihn alter Schwede aber der kann doch ich ziehe den von hinten sehr viel ab diese oh ich kann das aufnehmen gelbes portalstein fragment ok ach cool wir wollten in den Turm oder? haben wir hier schon mal drin? in diesem dann gehst du da rein ich gehe in den Turm oh oh hier geht es runter ja ich gehe jetzt hier gerade rein das ist ein Dungeon alles klar hier geht es rauf hier ist nichts alles klar das zwei Skelette oh runtergefallen sie laufen wir durch die Gegnung kriege IP aber das heißt ja theoretisch muss irgendwo irgendwann ein gelbes portal sein oder? ja oder wir füllen ein ganz normales gelb das könnte auch sein hier auf dem ist auch nur ein portal weißt du was mir gerade auffällt? wir können ja nur zu unserem Heimatplaneten zurückkehren richtig und unser Heimatplanet ist der erste und es gibt keine Portale zurück ne ich kann ich kann reisen echt? kann man was? wenn du die anklickst kannst du auf reisen drücken oh man kann reisen ok dann will ich nichts gesagt haben na gut wo geht es hier denn hin? oh eine Feuerschale die nehme ich mit ich bin hier mordskonzentriert ey ja ich bin so ich bin auch gerade irgendwo unten ha ne doch noch nicht als Magier hat man es aber alleine gar nicht mal so einfach so kommt zu Papa ja und als Nahkämpfer fliegen die und fliegen der rankommen ist ganz schön schwer als Nahkämpfer wir hätten uns vielleicht aufteilen sollen oder eben nicht aufteilen aber siehste da haben die Zuschauer wenigstens zwei verschiedene Sachen zu sehen ja jetzt können sie hin und her fliegen das ist doch auch da kann ich mir noch mal ein Herz stibitzen ich nehme auch ganz viel Deko mit ich habe ein roher Strom Quarz blau ich habe fünf Feuerschalen finde ich auch ganz schön wirst du ich sorge mich um unsere Dekoration ich habe es dir doch gesagt und du kriegst hier immer Erfahrung eingeschenkt einfach so ohne jeglichen Grund ne du doch auch ich kämpfe doch auch genau wie du warte siehst du da ne kriege ich nicht hä ja aber ich kriege auch nichts und dir von dir ich habe ein Portal gefunden ich habe ein Portal oha aber jetzt wo du sagst ich kriege auch durchgehend keine EP vielleicht müssen hat das einen bestimmten Radius wo wo man sich die EP teilt ich habe ein Portal aktiviert und dahinter ist alles grün sieht gut aus vielleicht für später mal also wir sind hier unten mitten in den Katakomben hast du mal auf die auf die Uhrzeit geguckt also der Folge oh ja sehe ich ja dann ich war so hochkonzentriert hochkonzentriert und fasziniert ich aber auch ja dann würde ich sagen in der nächsten Folge geht es weiter geht es weiter und dann gucken wir mal wo es uns hin verschlägt richtig bis zum nächsten Mal und genau bis zum nächsten Mal auf Wiederschauen ich habe mich verlaufen schönes Ende tschüss bis zum nächsten Mal